Ich dachte, die Ansage macht nö. Ja, aber nö. Wir hätten sagen müssen, dass ich machen soll. Wir haben ja noch drei Sekunden. Starte nochmal neu. Alter, mach einfach weiter. Ja, dann sag doch auch, dass ich eine Ansage machen soll. Hallo und herzlich willkommen. Hier bei WWGC. Wir spielen jetzt schon wieder Race Support. Nein, Soapbox Race World. Vollverkack. Soapbox Race World. Das arg an Need for Speed World. Mir auch egal. Need for Speed World. Geil. Und wieder Teamflucht. Mit dem Virus. Crazy ist auch wieder dabei, aber nicht im Spiel. Also grenzt wieder mit Abwesenheit. Hi. Oh, lang ist her, dass diese Dings gefahren wird, diese Flucht hier. Damals habe ich die gesuchtet ohne Ende. Ich konnte die ziemlich blöde. Boah, da war ich in meinem Auto. Und das mit dem Auto hier. Ja. Briehorn. Nashorn. Vollkorn. Joghurt. Erdmeersenf. Mayonnaise. Joghurt. Joghurt statt Zigarette. Jawoll. Genau sieht das aus, ey. Das ist der Richard's Raucher, ne? Ja. Ja, das war jetzt nicht geplant. Ups, das war auch nicht geplant. Guck mal, wie ich da durchfasse mit dem kleinen Hof. Hehehe. Ach, nein. Da kommt jetzt Leon zu Ost. Ach, geht doch. Mann. Normalerweise kommt der von Leon. Ich sehe jetzt noch da. Ja, der sich bei mir hin teleportiert. So, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt bei der ersten Aufnahme schon gefragt haben. Cool, ich würde jetzt auch wieder gerne spielen. Minimalanforderungen. Also, ihr braucht euch gar nicht irgendwelche Hochleistungsrechner für. Habt ihr den auch mit so einem kleinen Öl für die Gier wahrscheinlich. Da reicht so ein kackes Dungelkor. Genau. So, jetzt nachstehen lassen. Ihr könnt das jetzt auch mit X-Post-Controller spielen. Funktionieren. Also, wer Controller-lastig ist, spielt Controller. Ich könnt's. Ich hab Reno geknutschert. Ja, Junge! Nein! Ich bin auf dem... Ah! Weg! Hui! Ist doch schön! Oh, der Rimo kann fliegen! Ja! 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 Hallo! Juhu! Juhu! Da kamen zwei Rimos raus. Die Strecke damals. Oh, du, 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 du... Ey! Damals war mein Rekord auf dieser Strecke. 5 Minuten 7. Oh, wie viele Rimos da kommen. Lass mich doch in Ruhe. Geh weg. Existiert, glaub ich, irgendwo noch, ähm... Ich hab damals mal Tappen jetzt von meinen Autos gemacht, wie die aussehen und so weiter. Da hab ich auf meiner Festplatte noch. Wenn ich mir diese angucke, dann krieg ich echt High-Way. Da hab ich mal ein bisschen Mühe gemacht, wenn du... Hier und hier. Heftig. Kamerat, ja, Leute. Mit auf dem Gas. Und dann wieder draufziehen. Dann muss ich auch mal ausleeren. Komm! Hier unten ausgebeugnet. Fahr noch einmal links her. Ja, da... Da hat er mich gefickt. Mal muss... Beim nächsten Mal muss ich links her fahren. Dann kann ich schön... Binge so... Boah, es ist echt ätzend, in diesem Spiel hinter einem herzufahren, ne? Die Rimos, die... Hau nicht einfach jedes Mal weg. Schauen wieder. Ich hab jetzt kein Katapult, um nichts zu ziehen, weil ich auf der Autobahn bin. Boah, das haben wir jetzt knapp noch dazu. Da passt kein Foto mehr dazu, Schneelücke. So, einmal mit der Rino hier. Meines. Oh, oh, oh! Nein! 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 Wie zu viel war da! Absolut, ich steh bitte. Jetzt kommt Nitro! Wann hab ich denn Nitro gedrückt? Haha! Wahrscheinlich voll. Okay. Natürlich! Geh weg! Geh weg! Hier nochmal ein Rino. Eigentlich! Dann doch nicht! Hier müssen wir jetzt noch was kommen. Danke! Ach, dieses Spiel manchmal. Und wieder vier Reden uns auf einmal. Was ist denn? Oh, dieses Spiel! Da muss man wieder ein paar mal fahren, damit man das aufharrt hier. Jawoll, fast zu fahren. Da hat einer Schluck auf, hör mal! Tja, darfst du nicht so viel essen? Ist doch gar nichts. Ja, ich habe mir den Virus runtergezogen. Kein Kommentar, ist auch blöd. Was soll man denn da zu sagen? Ich war jetzt abgeregt. Ja, wenn ihr was dran liegt, dann zieh mich runter. Jetzt müssen wir gleich mal irgendwann auf Nerfee warten. Hier kommen dann dauernd sechs Rhinos auf einmal hintereinander. Ja, dass wir von der Aufnahme leider nicht viel sehen können, weil er natürlich nicht aufnimmt. Da fährt nur mit. Dann muss ich das Spektakel mal aus seiner Sicht halt gucken. Ja, ja, machen wir. Ja, das könnte ich ja sogar noch aufnehmen. Vielleicht machen wir das in der näheren Zukunft. Das sagt uns auch schon, dass wir mal deine Aufnahmen rüberkommen, die musst du dann mal irgendwie ablohnen, runterladen kannst. Dafür habe ich aber auch schon eine gute Seite, da haben wir ein bisschen von Gigabyte Free, wo man rüber runterladen kann. Dann können wir auch einfach Group Boxen nutzen. Okay. Alles klar, ich nutze ihn nicht. Habe ich noch mal kurz. Habe ich schon. Ah! So, ich habe die Lage noch gemacht. Oh! Ja, sicher! Hey, das geht's doch nicht. Geh doch mal weg. Ich hab alle Platten. Nein! Dann fahr ich mal ins Ziel mit Platten. Komm ich nicht weit. Ja, ein Ziel. Ich werde hier ganz weit wieder weggeschoben hier. Junge, ihr Tunden! Ja! Jetzt kommt erst die schwule Power-Up-Konsole. Ich kann kotzen, Alter. Gut, da ging das, ey. Da unten höflich ist nicht so weit weg vom Ziel, aber der... 10 Sekunden bitte. Ja, vereinfacht rein! Kann ich nicht, wurde doch geschnappt, ey! Die... Die... Also... Das erste Mal so ein Eier, dann passt es mit dem Hof. Danke, dass du mich da reingeschoben hast. War ab, 60 Uhr. Kommst du an den Kopf weg? Natürlich nicht, weil ich nicht wusste, wo lang. Weil rechts ein Lichtnagelband, links ein Lichtnagelband. Wo willst du denn da lang? Ja! Ich bin ins Ziel gefahren, zählt aber nicht! Guardian! He, he, he! He, he! Dann jetzt sind Sie nicht. Alter, Alter! Die Spießer sind ganz schön, äh... Komm, 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 komm! So, komm, jetzt, ey, komm! Lass mich schnappen, dann ist, wenn ich brauche, ich jetzt die 50 Sekunden hier rumpfübeln, ey! Das ist mal gar nicht klar! Hm! A-so, 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 A-so. A-tick, ey, da mach's doch nicht! Da ja, das steht so! Jetzt die C-Klasse? 351.000. Elite-Forst-Induktion. Die Aufladung, nice! Ich wechsel mal schon mal auf C-Klasse! Schön, das jetzt. Jungs, wie's ich, was kommt. So, ähm, ja, äh, äh... Jetzt, ja... Das war jetzt der Flug. Das war jetzt ein Rennen. Ich würde sagen, wir sind uns in der nächsten Aufnahme. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.